Hey Internet und YouTube! Back in... Zurück zu Agnes! Muss gibt's Probleme? No, you will not! Soll ich ihn töten? Oh, what? Go back to Stalgard, Ingvar! You are not welcome here! Leave me and my people in peace! Hau up! Oh yeah, let's fight! Was gibt's denn? Dude, die sind hier! He, 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 he! Oh! Das ist gut, dass Sie auch wiedersehen. Das stimmt. Es hat zu lange gedauert, mein Freund. Wie können wir dich servieren, mein König? Zweigard, wir haben das geschafft. Entschuldigung. Wie können wir uns unterstützen, Agnar? Ingvar ist auf zu etwas. Hm, eine große Überraschung da. Wir sind zu dritt. Gegen eine Armee! Was? Was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben ihn zu dritt. 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 Wir waren zu bleiben neutral bis zu provokiert. Und Ingvar hat ihn mit dem Stich. Wir haben ihn zu dritt. Wir haben ihn zu dritt. Wir haben ihn zu dritt. Hooray! Okay, können wir kämpfen? Okay, geh weg, geh weg. Sie ist meine Frau. Okay. Ja, excuse me. Du bist zu gefährlich. Du bist zu gefährlich. Ogar ist recht. Und ich muss bleiben, um zu schmerzen. Und um zu denken. Das bleibt nur unseren Freund hier. Das bleibt nur unser Freund hier. Sicherlich ist unser König zu der Aufgabe. Das bleibt nur dich. Wir bleiben hier und schauen uns an die Regierungsreporten. Vielleicht können wir genau genau herausfinden, was Ingvar will. Geh in die Borewald. Die Stadt auf dem Plateau nach dem Osten. Es wurde lockert, wegen der erhöhten Bandit-Aktivität. Aber seine Hauskarte sollte dich in lassen. Sag ihm, was passiert. Wir sind auf der Brink der Krieg. Warn Jarl Walfred. Zeit ist der Essenz. Jetzt geht's! Jawoll! Okay, tschüss. Oh, abgeschlossen. Oh! Begonnen. Okay. Okay, kein Problem. Kein Problem. Wo ist das? Ist das in der Nähe von... Natürlich nicht. Naja, nicht allzu weit von hier entfernt, oder? Habt ihr keine Brieftauben oder so? Das würde... Naja gut, ich hab die Schnellreise. Brieftauben haben keine. Schnellreise. Geh ich halt mal hier so rundherum. Irgendwann durch die Sprint-Taste. Halt! Damit ich mir den Daumen breche. Hatte ich das nicht auf Shift? Shift langsam. Okay. Okay, ich kann nicht mehr. Pff. Ja gut, ich... Pff. Schon lange nicht mehr gespielt, ja. Schon lange nicht mehr ges... Voll abgehängt! Warum fliegst du nicht einfach Schinken? Nein, nur so eine... Frage ist runter. Von Wehrwolf zu Vampir. Habt ihr nicht irgendwelche Superpowers? Pff. 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 Und sehr spannend. Kann ich das hier kaufen? Du siehst gleich aus wie der andere. Ich habe eine Axt und ein Schwert. Hm, sehr gut. Ich zeige dir die Jarl, Alfred. So einfach geht das? Aber flottig. Ich gehe vor. Ich habe einen Pfeil. Ich bin schneller. Sieht gut aus. Hallo, hallo! Ja? Vergiss es. Nicht mein Typ. Ich habe einen Pfeil trotzdem. Ich muss dir folgen. Okay. Geh voran. Okay. Geh weiter! Wegen dir langsam gehen. Nicht schlecht mit der Mauer rundherum. Hier würde ich mich auch gut fühlen. Gut, Weißlauf auch. Aber... Der letzte Mohikaner. Ja. Hm. Hier drin. Ist es hier? Ist es hier? Ist es hier? Sag mal... Ist es hier, oder? Ja. Genau, dann gehe ich mal rein. Jarl! Natürlich, das schönste Haus. Wer schmeckt... Ich erwarte es nicht. Hallo? Ab, ab! Du? So jung. Naja gut. Ich bin Jarl, Walfred. Ist es etwas, das ich dir helfen kann? Ja. Agnes schickt mich. Ingvar ist eine Armee. Und schaue etwas. Ich habe gedacht, das ist was passiert. Ich habe meine Stadt geöffnet. Denn diese verdammten Bandits sind überall. Und sie töten meine Leute. Es wäre so, Ingvar. Darmten und Waldir ist wieder etwas zu tun. Sie können nicht nur uns bleiben? Du sagst, er war etwas zu suchen. Wissen Sie, was? Nein, aber er hat versucht, Waldir und versucht, Ember Creek zu suchen. Hm. Ich mag nicht, was das bedeutet. Ich denke, ich weiß, was er nachher ist. Aber ich will nicht nachher kommen. Besonders nicht dieser. Jarl, Walfred, Sir. Die Stadt ist unter Siege. Es sind die Bandits. Sie haben die Garten geöffnet. Let's fight! Dammit! Wir haben nicht viel Zeit. Goran, holen unsere Weapons und wir gehen! Ja! Wir haben sie schon. Ingvar hat die Nerve, um zu attackieren meine Stadt. Das ist sicherlich der Starte einer verdammten Krieg. Aber ich will töten! Äh, doch! Go! Aus der Stadt. Okay, okay. Danke für... Öffentlichkeit müssen wir noch lernen hier. Oh, my God! Wow, das ging flott! Erst war ich noch hier. Oh, Jesus Christ! I'm sorry! Goran, wie geht's? Wer greift mich an? Du? Citizen? Noch jemand? Voll daneben! Wer schreit? Was hieß denn das für ein komisches Ding? Ich komme ja gar nicht da... Shut up! Oh, finish him! Seht euch das an! Seht euch das an! Who is the man? Woho! Okay, wohin? 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 Alright, ich folge! Ich will ja gar nicht! Ich folge dir doch! Aus der Stadt raus! Richtig? Wow! Okay! War nicht so schlimm! Raus? Okay! Oh! Sieh mal an, wer hier ist! Komm schon! Shut up! Deshalb! Bitteschön, kein Problem! Yup! Ich folge! Sehr secret! Sehr secret! Die kann niemand finden! Das ist ganz klar! Ich wollte dich gar nicht! Gibt sie noch Money? Ich kann sie nicht öffnen! Aber kommt! Ich kann die Eisentür nicht öffnen! Muss ich was tun? Ich habe zu viele Bandits auf der Seite! Ich will nicht, dass ich dich folgen habe! Ich bleibe hinter dir und sie schaue! Wir müssen raus! Aber Gorn, du kannst nur... Ich habe Zeit, zu erwerben! Jetzt geh! Okay, los! Let's go! Sehr gut! Wir sollten gehen, wenn wir nicht wollen, dass wir seine Tod nicht in vain sein wollen! Lebt wohl, mein Freund! Geh bitte weiter! Hallo? Ich bin's! Sehr großartig! Da ist doch nur ein Gang! Habe ich dich erwischt? Es tut mir leid! Servus! Was geht? Du stehst vor mir! Was soll ich machen? Oh, was ist dein Schwert aus Zuckerwatte? Komm schon! Attacke! Gott! Beindruckt, mein Freund! Ich denke schon! Ich wär's! Wenn ich... ...due will! Ich weiß nicht, sicher! Okay! Die hätte ich auch finden können! Vor allem mit nem Schalter daneben! Jetzt kommen Secret-Geheimwege nicht mit nem Schalter versehen, mein Freund! Tipp 893! Im Buch... ...der Krieger! Gebunden aus... ...Blut... ...aus dem Blut der Feinde! Das Knochen... ...mit Knochenmehl geschrieben... ...mit... ...der... ...Toten... ... ... ... ... Mir würden doch grausamer Dinge einfallen, aber... Ja, es tut mir leid, meine kranken Gedanken... Du siehst aus, als würdest du ein Kaninchen auf einmal durchbeißen können... ...Gesicht... ...Goh... ...Goh... ...Muva muss es gefunden haben... ...Dat ist, was er sucht... ...Dat ist... ...verdämmlich... 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 ...Komme... ...Goh, go, 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 go... ...Wir können den locker einholen... ...Hä? Hm? Was war? Was war? Wo war? Wie denn? Ich weiß nicht, was du meinst... ...Nah, das war aber ein Sprung durch... ...Mit beeindruckt... ...Nah, jah... ...Es ist all you guys... GAH! ...Muva might ever come... ...Nah, jah! Ähh... Wir Mädchen! I don't know what to do... ...Running after you... Na, what? Na, sieh mal einer an, wer hier ist, wieder. Wow, wow! Das klang nicht gesund, oder? What? Alright, ich bin gesprungen, gestorben, und das Spiel ist abgestürzt. Ich denke, das ist nicht die beste Idee. Warum schaust du beschämend zu Boden? Ich verstehe nicht. Ja, das hatten wir schon. Ich speichere hier jetzt noch einmal, damit ich den Dialog nicht habe, falls das Spiel abstürzt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, falls ich die nächste Sequenz nicht überlebe. Ja, da ist doch niemand. Hat nicht funktioniert. Okay, jetzt. Jump! Jump! Gut. Dankeschön. Wunderbar. Ich lebe. Und jetzt wieder zurück zu Agnes. Und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Wie zum Hacker machst du das? Tschüss!